Jo Leute! Was geht? Es regnet! Tolles Wetter! In Strömen! Ja! Alter, guck mal da! Das ist auch eine coole Sicht! Läuft! Wir gehen jetzt einkaufen! Guck mal, wie ich hüpfe! Müsst du nicht einkaufen! Bei? Nach SLCS! Nach SLCS! Dafür muss man gut aussehen! Mit Mountain! Alter, es ist so nass! Hier, dieses Auto! Seht ihr das? Nicht? Da war ein Fahrradfahrer! Der arme Fahrradfahrer, der schämt sich! So, wir gehen jetzt durch die Altstadt und da kommen Fahrradfahrer! Den müssen wir drauf fahren! So, inzwischen bin ich wirklich durch! Ich bin klitschnass! Ich glaube, bei mir sieht man das besser, wie ich auch laufe! Ja, heute ist SES! Wir gehen jetzt einkaufen! Haben wir das schon gesagt? Ja, haben wir schon! Und es wird wieder ein Gewinnspiel geben! Das wird episch, Leute! Das sagen wir dann im Stream! Genau! Und ähm... Es regnet einfach in Strömen! Scheißegal, wir halten einfach drauf! Alter, jetzt schüttet's in diesem Moment! Schüttet's richtig! Das ist richtig schlimm, Leute! Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die sehen wahrscheinlich schon richtig verschmockt aus! Alter, ich glaube, wir drehen um Barrick! Okay! Wir müssen, glaube ich, jetzt mal langsam gehen... Boah, Alter! Ich bin klitschnass! Oh, ich bin SES! Bisschen kommen vorbei, sonst kriegen wir kein Geld! Ja, bitte! Sie klauen unseren Job! Keine Miete! Die Kamera ist auf! Alter, jetzt fängt das schon weh! Alter! Okay, wir gehen jetzt! Ich glaube, wir klaufen! Schönen guten Tag! Som einen weh! Wir haben ein weh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020